Servus Monster Hunter Freunde, es gibt richtig coole Iceborne Neuigkeiten, denn Capcom hat ein neues Gameplay gezeigt, auch ein Teil der neuen Rüstungen und die Monster Hunter World Iceborne Seite wurde mit einem neuen Reiter aktualisiert. Was es damit auf sich hat, erfahrt ihr alles in diesem Video. Schauen wir uns gleich das neue Gameplay Material an, das Capcom veröffentlicht hat und zwar geht es um die neuen Angriffe der einzelnen Waffen, das Langschwert und das Großschwert wurde vorgestellt, das Großschwert hat man sogar im neuen Gebiet gesehen und da ist auch nochmal eine neue Szene dabei, die man noch nicht aus dem Trailer kennt, noch nicht aus dem Livestream, deswegen bleibt auf jeden Fall dran. Wir schauen uns aber zuerst das Langschwert an, das hat man auch schon im Trailer gesehen, aber man hat noch nicht den neuen Move gesehen und der ist auf jeden Fall richtig gut. Finde ich wirklich cool, dass sie so einen Move mit reingebracht haben. Wir sind hier im uralten Wald unterwegs, so wie es aussieht hat der Spieler auch eine neue Rüstung, diesen Vorbesteller, Bonus und wir kämpfen gegen den Pokai Pokai. Und so wie es jetzt aussieht, man weiß es ja nicht hundertprozentig, so wie es ich vermute, wenn wir die Elan-Kombo machen, können wir eben am Schluss in einen Konter wechseln oder mit einem Konter die Elan-Klingen-Kombo beenden. Normalerweise drückt man glaube ich dreimal die oder viermal die RT-Taste für die Elan-Klingen-Kombo und kommt dann auf die nächste Stufe nach oben. Hin und wieder kommt es natürlich auch vor, dass man während der Elan-Klingen-Kombo dann getroffen wird, meistens noch am Schluss, dass es einem nicht langt. Und jetzt ist es eben so, dass man zwei, dreimal drückt und am Schluss, wenn man merkt, okay das Monster schnellt auf einen vor, kann man in diesen Konter übergehen. Das Schwert, ihr seht es auch, wird an der Seite so hingehalten und man wartet im Endeffekt auf den Treffer und dann schnellt das Schwert nach vorne. Man beendet, so wie es aussieht, dann die Elan-Klingen-Kombo, kommt eine Stufe nach oben und kann dann nach Wahl eben ja auch den Sprung machen, wie man es hier eben sieht. So was kenne ich aus Monster Hunter Online schon, da hatte man auch einen Move, da hat man vor kurzer Zeit in dieser Starre verharrt, wie man es auch hier sieht. Ich denke, man wird da nicht unendlich warten können, sondern ich denke, das geht so um die zwei Sekunden oder drei, wo man eben so in dieser Haltung dran steht. Das Monster muss dann eben angreifen und dann schnellt das Schwert nach vorne und man hat eben wie gesagt diese Kombo zu Ende. Wenn dieser Angriff nicht kommt, vermute ich sehr stark, dass man eben dann ja nicht auf die nächste Elan-Stufe kommt, sondern eben das Ganze wieder von vorne starten muss. Muss sagen, der Angriff ist auf jeden Fall cool, bin mal gespannt, wie sich das Ganze dann spielt. Kommen wir zum neuen Großschwert-Angriff, der wurde ja schon im Trailer gezeigt, aber hier nochmal ein bisschen genauer erklärt. Und zwar kann man eben die Kombo beginnen mit der Schleuder. Man schießt das Monster an, es schreckt zurück, man sieht es hier wirklich sehr gut und kann dann direkt in den stärksten Angriff vom Großschwert wechseln. Also ich glaube, das ist der wahre aufgeladene Schlag. Auf jeden Fall der letzte, wo man nochmal diesen Überschlag macht und an den krassesten Schaden dealen kann. Und so wie es aussieht, kann man das eben direkt nach der Schleuder machen und muss das Großschwert nicht davor erst aufladen mit zwei Schlägen. Und dann kommt man eben in den stärksten Angriff, sondern kann es anscheinend direkt nach der Schleuder machen, was auf jeden Fall extrem stark ist. Bin auch mal gespannt, wie das sich spielt. Und ja, allgemein mit der Schleuder ist schon heftig, Waffe muss man nicht mehr wegstecken, kann im Endeffekt schießen und ja, dann seinen Angriff perfekt auf das Monster setzen. Und das macht dann natürlich schon richtig krassen Schaden. Des Weiteren wurde der neue Angriff, die Klammerklaue, vorgestellt. Das ist der Angriff, mit dem man sich auf das Monster ziehen kann. Man schießt den Enterhaken ab und sitzt dann auf dem Kopf des Monsters. So wie es aussieht, hat man da zwei Möglichkeiten. Einmal kann man die gesamte Streumunition in das Monster reinballern, was man in der Schleuder geladen hat. Dadurch bewegt es sich eben rückartig in die Richtung, in die man gerade schaut. Bedeutet, man kann das Monster für kurze Zeit eben lenken. Hier sieht man es jetzt eben, dass der Hunter in Richtung Wand schaut und es läuft jetzt gegen die Wand und fällt dann oben. Besser ist es natürlich, oder eine coole Möglichkeit finde ich zum Beispiel, man hat eine Falle auf dem Boden und das Monster will ums Verrecken nicht in die Falle, ist aber fast tot. Dann kann man es im Endeffekt, ja, mit dieser Kralle auf den Kopf springen, die Ladung reinpumpen, man guckt in Richtung Falle und dann läuft das Monster in die Falle rein und man kann dann eben Beruhigungsbomben werfen. Finde ich wirklich ganz cool. So wie es aussieht, gibt es eben noch eine andere Möglichkeit, dass man eben so nicht die Schleuderkapseln reinbombt, sondern eben allgemein Schaden macht. Ich vermute, dass der Schaden so hoch ist, als würde man das Monster halt ganz normal mounten, wenn man oben drauf sitzt und am Schluss finisht. Bin auch mal gespannt, wie oft man diesen Angriff anwenden kann. Ich denke, dass er sich so ähnlich wie der ganz normale Mount verhält, dass man eben einen gewissen, ja, dass man einen gewissen Cooldown bei diesem Angriff hat. Bevor wir uns einen Teil der neuen Iceborne Rüstungen und Waffen anschauen, werfen wir einen Blick auf die Monster Hunter World Iceborne Seite, denn da wurden neue Sachen hinzugefügt. Aktuell eben nur auf der japanischen Seite. Ich denke, in den nächsten Tagen wird das auch auf der deutschen Seite passieren. Und zwar sieht man hier eine neue Übersicht von den neuen Waffen. Zwei wurden eben schon vorgestellt, das Langschwert und das Großschwert. Und ich denke, in den nächsten Tagen werden wahrscheinlich die anderen Videos erscheinen und stellen dann eben von jeder Waffe den neuen Angriff vor. Bin echt mal gespannt, was da auf uns zukommt. Sobald die neuen Videos draußen sind, werde ich euch das Ganze natürlich wieder erklären, wie in diesem Video. So wie immer kommt das Beste zum Schluss und zwar hat Capcom einen Teil der neuen Waffen und Rüstungen gezeigt. Da ist ein neues Bild aufgetaucht. Das seht ihr jetzt hier auch eingeblendet. Sieht super cool aus. Wir fangen ganz links an. Meiner Meinung nach ist die Rüstung ganz links die vom Beotodus, dem neuen High-End-Monstern, nennen wir es jetzt einfach mal. Farbe sieht gleich aus. Auch der Helm mit dieser Finne, mit dieser sehr spitzen Finne, die der Beotodus auch auf dem Kopf hat. Ich denke, das ist auf jeden Fall seine Rüstung. Der Jäger hat auch noch eine Energieklinge in der Hand. Sieht wie eine Eisenenergieklinge aus. Ich denke, es ist auch eine Eisenenergieklinge. Aber die ist im G-Rank oder in diesem Meisterrang zu finden. Also ich denke, sie hat die Stufe 9 oder 10 sowas rum. Ist auf jeden Fall nochmal ein Tick besser, denn die normale Eisenenergieklinge sieht anders aus. Ein Tick weiter rechts haben wir meiner Meinung nach die Banbaro. Rüstung sieht auch sehr cool aus. Hat man schon oft gesehen. Der Hammer ist meiner Meinung nach auch die normale Knochenvariante, aber auch wieder in diesem Meisterrang drin, der eben mit Iceborne reinkommt. Rechts daneben haben wir meiner Meinung nach die neue Anjanav-Rüstung. Auch wieder Meisterrang und auch die neuen Meisterrang-Doppelklingen. Die Eisendoppelklingen, so wie es aussieht, würde ich mal behaupten. Oder es sind sogar die Anjanav-Doppelklingen. Das könnte auch sein. Aber wie gesagt, alles in diesem Meisterrang, in diesem G-Rank drinnen. Und ganz rechts haben wir die neue Pukai-Rüstung. Und ich denke, auch hier ist es wieder der Knochenbogen, der eben wieder im Meisterrang drin ist. Wieder auf der Stufe 9 oder 10. Ich weiß auch nicht aktuell, wie hoch das Ganze dann gehen wird. Ich finde, die Rüstungen sehen wirklich sehr cool aus. Gerade die ersten zwei gefallen mir wirklich gut. Aber auch der Hammer mit dem Gebiss extrem cool, muss ich wirklich sagen. Auch der Bogen sieht nicht verkehrt aus. Ich bin mal gespannt, was Capcom noch in den nächsten Tagen und Wochen zeigt. Die E3 ist ja auch nicht mehr allzu weit weg. Und da sehen wir auch nochmal neues Iceborne-Material. Sobald es was Neues gibt, lade ich es natürlich gleich hoch, dass ihr bestmöglich informiert seid. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zocken. Ich würde mich über ein Like freuen. Ich bin weg. Ciao. Haut rein.